Hey, Lucas, was ist passiert? Du siehst ein wenig traurig aus. Was ist los? Hallo, Patrick. Ich fühle mich heute nicht gut. Ich habe einige Probleme zu Hause. Es tut mir leid, das zu hören. Aber erzähl mir, was passiert ist. Vielleicht kann ich helfen. Das glaube ich nicht. Nun ja, meine Tochter steht kurz vor dem Schulabschluss. Und sie möchte an der Universität studieren. Obwohl mir diese Idee gefällt, kann ich sie mir im Moment nicht leisten. Zumindest nicht bei dem Gehalt, das ich gerade habe. Und sie ist sehr intelligent. Ich möchte wirklich, dass sie an der Universität studiert. Aber das wird nicht passieren. Deshalb bin ich so, Kumpel. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um ihr zu helfen. Was würden sie tun? Ich verstehe. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es dir auf jeden Fall leihen. Aber ich habe es nicht. Hey, aber warum fragst du nicht nach einer Gehaltserhöhung? Sie können mit dem Chef gehen und ihn fragen. Glaubst du, er wird akzeptieren? Ich weiß nicht. Er scheint kein Mensch zu sein, der versteht. Ich weiß es nicht, aber was hast du zu verlieren? Gehen Sie einfach hin und versuchen Sie es. Off-work then. Du es. Du hast recht. Ich gehe. Ich arbeite hier seit zwei Jahren. Es ist an der Zeit, eine Gehaltserhöhung durchzusetzen. Gut gesagt. Off-work then. Aber ändere dieses Gesicht. Du musst ihn überzeugen. Ja, das ist richtig. Ich gehe jetzt. Wünsch mir bitte Glück. Bis später. Guten Morgen, Herr Rockmann. Ich hoffe, Sie haben einen tollen Tag. Wie kann ich dir helfen? Guten Morgen, Herr Miller. Ja, ich habe einen guten Tag. Und, wie geht es Ihnen, Sir? Mir geht es gut. Ich habe heute viel Arbeit, also kommen wir zum Punkt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, sicher. Es tut mir leid. Nun, ich bin hierher gekommen, weil ich zu Hause ein kleines Problem habe. Nun, es ist kein Problem. Tatsächlich sind es großartige Neuigkeiten. Wissen Sie? Meine Tochter möchte aufs College gehen. Oh, das ist toll. Glückwunsch. Ich hoffe, dass Sie es schafft und ihr gelingt. Vielen Dank. Nun ja, Sie möchte studieren. Und Sie wissen, dass eine Karriere nicht billig ist. Und mein aktuelles Gehalt reicht nicht aus, um das zu bezahlen. Also habe ich mich gefragt. Ich bin hier seit... Ich arbeite hier seit zwei Jahren und habe meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet. Dann frage ich mich, ob es eine Chance gibt, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Ich weiß, ich klinge vielleicht etwas gewagt. Aber... Ich muss wirklich mehr Geld verdienen. Auf diese Weise konnte meine Tochter aufs College gehen und studieren. Ich verstehe. Ich verstehe Ihren Standpunkt wirklich, Mr. Rockmann, und ich verstehe, dass Sie das Geld brauchen, aber... Sie haben nur zwei Jahre Zeit, hier zu arbeiten. Ich meine, wir haben Leute mit mehr Jahren. Menschen, die seit mehr als zehn Jahren hier arbeiten und immer noch das Gleiche verdienen. Ich verstehe, aber... Vielleicht haben Sie nicht danach gefragt oder ich weiß es nicht. Das ist mein Fall. Ich denke nicht, dass wir die Situationen vergleichen sollten. Können Sie meine Leistung bewerten und dann... Vielleicht können Sie eine Entscheidung treffen, die auf meiner Arbeit und meinem Einsatz in diesen Jahren basiert. Es tut mir wirklich leid, Herr Rockmann. Ich möchte Dich nicht anlügen. Was Sie jetzt verlangen? Es ist unmöglich, dass das passiert. Vielleicht können wir es in ein paar Jahren bewerten, aber jetzt ist es noch zu früh. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber das ist nicht möglich. Ich hoffe, dass Sie eine andere Lösung finden können. Aber es gibt keine andere Lösung. Ich habe versucht, darüber nachzudenken, aber ich kann keine Lösung finden. Vielleicht kann ich mit dem Firmeninhaber sprechen, um ihm mein Problem zu erklären. Das könnte mir helfen. Es tut mir leid. Das ist doch nicht möglich. Er ist heutzutage sehr beschäftigt. Es tut mir wirklich leid. Ich verstehe es. Mach Dir keine Sorge. Es tut mir leid, dass ich hierher gekommen bin. Haben Sie einen guten Tag. Du auch? Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dass Sie bald eine Lösung finden können. Lucas, wie ist es gelaufen? Warum, frage ich, wenn ich Dich nur ansehe, kann ich sehen, wie es gelaufen ist? Ja, es war schrecklich. Ich habe versucht, ihm meine Situation zu erklären. Aber es war nutzlos. Oh, Lucas. Es tut mir leid, Bruder. Es muss etwas geben, was wir dagegen tun können. Das ist okay, Patrick. Ich denke, ich muss meiner Tochter sagen, dass sie nicht zur Universität gehen kann. Sie wird sehr verärgert sein. Sie wird mich hassen. Ich kann es nicht ertragen, ihr trauriges Gesicht zu sehen. Nein, nein. Schau, ich habe eine Idee. Ich werde in sein Büro gehen. Ich werde mit ihm sprechen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Sie werden ihn nie davon überzeugen, mir eine Gehaltserhöhung zu geben. Das ist nicht möglich. Nein. Das ist nicht der Plan. Ich werde dorthin gehen und ihn um eine Gehaltserhöhung bitten. Warten Sie einfach hier. Ich werde mit ihm reden. Ich werde noch weitere Jahre hier arbeiten. Es wird einfach sein. Ich bin sein Favorit. Das ist ein guter Plan. Vertrau mir einfach. Es wird funktionieren. Hallo, Chef. Es tut mir leid, sie so zu unterbrechen. Ich weiß, dass du heute sehr beschäftigt bist. Oh, hello, Patrick. Nein, nein. Das ist okay. Wie läuft dein Tag? Ist alles in Ordnung? Danke, Chef. Und ja, alles ist in Ordnung. Ich bin nur hergekommen, um mit dir zu reden und auch, um dich um einen kleinen Gefallen zu bitten. Wissen Sie, ich arbeite seit zehn Jahren hier und es war nicht einfach. Ja, aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass Sie hervorragende Arbeit geleistet haben. Aber was ist passiert? Sagen Sie mir nicht, dass Sie diesen Job aufgeben möchten? Ich werde es nicht zulassen. Sie sind einer unserer besten Mitarbeiter hier in diesem Unternehmen. Wir sind wirklich zufrieden mit Ihrer Leistung. Oh, vielen Dank für deine Worte. Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Und nein, ich gebe nicht auf. Ich möchte dich nur um einen Gefallen bitten. Ich habe einige Probleme und mein Gehalt reicht nicht aus, um diese Probleme zu lösen, wissen Sie? Ich frage mich also, ob Sie vielleicht, kann ich eine Gehaltserhöhung bekommen? Ich brauche das Geld, um einige Dinge zu bezahlen und diese Probleme zu lösen. Es werden lediglich 50 Prozent meines aktuellen Gehalts sein. Ich denke, das würde für den Moment reichen. Aber das können wir nicht tun. Eine Gehaltserhöhung ist uns derzeit nicht gestattet. Es tut mir leid. Nein, tut mir leid. Ich schaffe es nicht. Vielleicht nächstes Jahr, Patrick. Es tut mir wirklich leid. Okay, hör mir zu, Idiot. Ich arbeite hier seit zehn Jahren und bekomme keine Gehaltserhöhung. Eine miserable Gehaltserhöhung. Ich arbeite hart, komme pünktlich, ich mache alles gut. Jetzt bewegen Sie Ihren Arsch und bringen Sie mir einen neuen Vertrag mit dem Doppelten meines aktuellen Gehalts. Mach es sofort, Idiot. Oder willst du, dass ich aufhöre? Ich glaube nicht, dass dir das gefallen würde. Mach es jetzt. Ich werde hier warten. Und mach es schnell, okay? Verdammt. Hallo, Lukas. Ich habe bereits mit dem Chef gesprochen und habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh toll. Erzählen Sie mir bitte zuerst die guten Neuigkeiten. Hast du das Geld bekommen? Ja, ich habe das Geld bekommen. Ihre Tochter wird zur Universität gehen. Das ist sicher. Ach du lieber Gott. Danke, danke, danke. Du bist der Beste. Und die schlechte Nachricht? Das Geld kommt von meiner Abfindung. Der Chef hat mich gefeuert. Ich muss gehen. Verdammt. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid.